Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von GTA 5 bzw. GTA Online. In dieser Folge habe ich mit Stefan und Max gespielt und mache mal so eine kleine Anmoderation hier oben auf dem Berg mit einem kaputten Auto. Und ja, wir haben halt ein paar lustige Sachen erlebt, habe das ein bisschen, vielleicht heute mal ein bisschen kürzer zusammengeschnitten. Ich weiß noch nicht genau wie lang es jetzt wird, weil wir nehmen jetzt noch ein bisschen weiter auf, habe jetzt gerade noch ein bisschen was aufgenommen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und los geht's! Ah, Frau. Sorry. Jetzt mach mal Faust, komm, Faust. Wie macht man das nochmal? Ich habe das vergessen mit den... Maus klicken. Nein, es gibt noch so eine Taktik, blocken und so. Mit Ausweichen kannst du mit der Taste, glaube ich. Ich bin fast tot, Alter. Ich bin fast tot. Nein, 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 nein auf die fresse alter wie läufst du